hey leute in diesem video zeige ich euch wie ihr dieses rücken access war freischalten könnt wichtig ist ihr müsst dazu die herausforderung so weit abgeschlossen haben dann müsst ihr noch diesen skin und spinnt auswählen geht dann einfach in eine normale runde rein und dann ist der rückgangsdienstletz fliegen dann müsst ihr einfach so gesagt hier unten ans ufer und an den einen von den drei steinen gehen dann einfach einsammeln mit dem skin und dann habt ihr es auch schon wie gesagt wichtig ist ihr müsst auch den skin ausgewählt haben jetzt zeige ich euch noch wo ihr die andere spitzhacke findet das so gesagt die letzte phase in den alter ekr haus verlochen dazu ist der einfach hier einmal in der nähe von misty meadows so gesagt auf den einen berg ist dort wo die rote flagge oben drauf ist müsst ihr am besten hier so landen und dann ein stück runter lauft dann findet ihr es da unten ist es ich hoffe euch hat das video gefallen und dann informativ falls ihr noch nicht abonniert habt lasst gerne ein abo da und schrauben das so 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 Vielen Dank.